Wer hat sich die Zähne gepumst, bevor er gekommen ist? Wer hat geduscht nach der Arbeit? Wer ist mit dem Auto da? Mit dem Zweitauto? Wer traut sich? Wer hat einen Babysitter zu Hause? Wer hat einen Bausparer? Wer hat eine Zusatzversicherung für die Zähne? Wer hat eine Zusatzversicherung für die Zähne? Da ist doch die Möglichkeit, dass ich auch nicht zu Ihnen spreche, wird die Möglichkeit, dass ich zu Ihnen spreche, überhaupt erst zur Möglichkeit. Andernfalls muss ich den Text produzieren. Ja? Haben wir's? Ich muss mich dann dauernd der Wirklichkeit stellen. Gerade als Schauspieler muss ich mich ja immer der Wirklichkeit stellen. Ab und zu mal U-Bahn fahren, da bin ich auch was mit. Und dann immer dieses geheuschelte Interesse für Leute, die so normale Krufe haben. Und dann, wenn die Kantine kommt und sagt, ich war ein Angestellter, dann sage ich einfach super, mit dem möchte ich befreundet sein. Und niemand sagt, das finde ich total uninteressant. Aber die anderen, die anderen dürfen auch sagen, Theater geht mir am Arsch vorbei. 2.500 Jahre im Theater sind genug. Wir haben so schlechte Laune! 50.000 Ert synergt, 100.000 Vielen Dank.